Und hier, Christian Gottlieb Prieber. Du musst sofort aus der Stadt verschwinden. Ich kann nicht ohne mein Buch. Sie dürfen es nicht in die Hände bekommen. Wie heißen Sie? Prieber. Christian Gottlieb Prieber. Du bist Deutscher? Vor einigen Tagen erreichte uns die Nachricht, dass ein Mann aus Sachsen nach London geflohen ist, weil er gefährliche und umstürzlerische Ideen verbreitet haben soll. Wir reisen nach Amerika aus. Jetzt gleich. Schiff, verheu! Verlassen Sie das Deckel! Ich muss Gewalt anwenden! Schmeiß ihn hier über bei! Eine weige und elendige Mörser! Ich verfluche euch! Lasst ihn frei! Piraten! Wo er auftaucht, entsteht Aufruhe und Unruhe. Hat der Mann einen fairen Prozess erhalten? Wer gibt dir das Recht, hier Unfrieden zu stiften? Die Natur selbst. Denn sie hat jeden Menschen mit einer Würde ausgestattet. Ich lebe nun schon seit Jahren als Händler bei den Cherokee in Great Telecom, bin bisher immer sehr gut mit denen klargekommen. Seit einiger Zeit ist ein Mann bei Ihnen aufgetaucht. Ein ziemlich übler Bursche. Was für ein Bursche! Er heißt Prieber. Prieber. Ich muss ihm das Handwerk legen. Erinnere dich, wer du bist. Ich habe einen Traum, den ich mit euch, meine Brüder und Schwester träumen möchte. Ja. Tja. Bring this car. Untertitelung des ZDF, 2020